Hallöchen und herzlich willkommen wieder zu einem neuen Horrorspiel hier bei mir auf meinem Kanal. Mein Name ist Storm und ich heiße euch herzlich willkommen und gegrüßt zu Slenderina, einem Horrorspiel, den ihr sicherlich vielleicht so kennt von Slenderman. Ist im Prinzip nichts anderes als irgendwie die Schwester von Slenderman und das soll hier noch viel härter sein. Ich bin ehrlich gesagt sehr gespannt drauf und ich habe ehrlich gesagt noch nie einen Slenderman Titel gespielt. Game Over. Geil. Das Spiel geht gut los. Man ist hier am Anmoderieren und dann stirbt man schon. Krass. Wie gesagt, ich habe noch nie einen Slenderman Titel gespielt und ja, bin ehrlich gesagt schon sehr gespannt drauf, wie es hier geht mit diesem Spiel. Oh, was haben wir denn da? Ein Buch. Okay, gut. Gut. Ich hoffe, wir kommen hier durch. Ich habe hier voll die Gänsehaut und die Atmosphäre ist ekelhaft. Oh, 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 oh. Renn ich jetzt gerade im Kreis oder was mache ich hier? Hier ist eine Tür. Gucken wir mal rein. Das ist ein Buch. Wir müssen natürlich hier auch wieder Bücher... Lass mich in Ruhe. Alter, ich habe doch süß, doch nie so viel Gänsehaut gehabt. Wie in diesem Spiel. Unglaublich. Wow. Ich habe das neulich mal gesehen bei einer Kollegin von mir. Oh, was? Hallo, 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 hallo. Ich drehe mich jetzt nicht um. Nein, 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 nein. Ich drehe mich nicht um. Nein, nein, nein. Oh Gott, das ist zu. Ich gehe da nicht hier lang. Ich habe das neulich bei einer Kollegin gesehen. Mal kurzzeitig. Und habe mir gedacht, das musste ich jetzt auch mal spielen. Und mal schauen. Das kann... Es kann ja nicht so schlimm sein. Aber ich irre mich da gerade. Und oh Gott, wir haben noch nicht mal einen Schlüssel. Wir müssen auch noch einen Schlüssel finden. Kommen wir hier rein? Oh Gott, die Tür ist zu. Mach die Tür zu. Mach die Tür zu. Kann man die Tür... Die Tür geht nicht zu. Aber auf jeden Fall ist hier ein Buch. Geh mir her, das Ding. Finden wir hier noch mehr als nur ein Buch? Vielleicht auch einen Schlüssel oder irgendwas? Oh, da ist ja noch ein Buch. Geil. Nehmen. So, gut, das haben wir. Jetzt haben wir vier... Waaaaaah! Lauf, Mädel! Äh, ich weiß nicht, ob wir hier ein Mädel sind oder ein Kerl. Auf jeden Fall, ich verschwinde hier. Ich verschwinde hier. Nein, 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 ich bin nicht da. Gott, vier von acht. Heftig, liebe Freunde. Was, die Tür ist hier zu kaputt? Oh, links und rechts sind Türen. Will ich wissen, wer da so schreit? Nein, will ich nicht. Okay, hier ist nix. Ah, da ist ein Buch. Da ist ein Buch, häng damit. Ist dann hier... Ist dann hier auf dem Boden vielleicht auch noch irgendwie was? Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Leute, ich bin angespannt. Ich... Da ist Blut. Da kommen wir nicht rein. Da ist die Tür, die geht auf. Okay, alles klar. Gut, hier ist kein Buch, also können wir wieder zurücklaufen. Alter, du nicht... Oh, Alter, die... Buh, spielt das unbedingt mal selber. Oh, Alter, ich drücke hier so verkrampft die Fee-Taste gerade. Boah, die Jumpscares sind hier echt übel hier drin. Ach, hier waren wir doch schon in dem Raum. Scheiße. Äh. Puh. Können wir uns hier im Schrank verstecken? So wie bei... Ah, Alter. Willst du mich verarschen? Spiel. Oh, ich schlaue weg hier. Da will man sich in den Schrank verstecken. Dann dreht man sich um, weißt du, nichts ahnen. Und dann passiert da ein... Oh, Sackgasse. Und dann passiert ein solche Scheiße. Links und rechts waren wir schon drin, ne? Alter, mir juckt auch die Nase. Ich habe wieder die Zeit... Ist jetzt wieder die Zeit mit den Pollen. Hier waren wir noch nicht drin, ne? Hier waren wir bestimmt noch nicht drin, ne? Oh, gegenüber vielleicht auch noch nicht. Okay. No! Verpiss dich, verpiss dich, verpiss dich, verpiss dich, verpiss dich, verpiss dich. Alter. Okay. Okay. Schlau weg hier. Oh, Gott. Leute, dieses Spiel macht mich irre. Oh, Gott. Alter, das ist echt heftig, das Spiel. Das ist echt heftig. Ich weiß auch nicht, wo... Alter, meine Nase. Ich weiß auch nicht, wohin ich hier laufen muss jetzt. Alter, hier ist zu. Entschuldigung, dass ich so viel Alter sah. So, dann gehen wir mal hier rein. Ich hoffe, Slenderina ist gut mit uns. Ich hoffe, sie hat gut gefrühstückt. Oh, Gott. Hier ist die Sackgasse. Dann gehen wir mal hier lang. Wir müssen immer noch einen Schlüssel. Wir haben ja noch nie mal einen Schlüssel, ne? Ist hier irgendwas? Nee, hier ist nichts. Außer Slenderina, der durchstummt gleich um die Ecke kommt. Oh, Gottes Willen. Es sind solche Momente, wo ich mir denke, warum spiele ich sowas? Ach, hier ist ja der Anfang, ne? Sind wir nicht von hier gekommen? Sind wir nicht von hier gekommen? Ja, ich glaube, ne? Oh, diese Tür ist zu und hier ist Sackgasse. Alter! Und Slenderina, die wird bestimmt gleich wieder auf uns lauern. Ich schwöre. Und wenn wir den Schlüssel haben, dann... Oh, shit! Lass mich durch. Alter, da ist ein Buch. Ich brauche den Schlüssel, dann können wir durch die Tür. Ich glaube, je mehr Bücher wir haben, um so... Ja, ja, ja. Du brauchst ja nicht um die Ecke gucken, Alter. Guck, guck. Hallo. Hallo, Schlucki. Grüßchen. Grüßchen. Wie die da einfach mal guckt. Ich... Weiß nicht. Oh Gott, die lauert da. Ich weiß nicht, ob wir da lang müssen. Hier ist auch noch ne Tür. Oh, guck mal. Hallo. Wie die da einfach steht. Na? Lust auf ein kleines... Na? 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 Was passiert bei mir hier... Ist sie jetzt weg? Okay, sie ist weg. Alter Boah, ihr glaubt gar nicht, wie ich gerade feuchte Hände habe Das glaubt ihr gar nicht Ist ja unglaublich Ich brauch trotzdem noch einen Schlüssel Gebt mir einen Schlüssel, Slenderina Sonst findet ihr nichts mit unserem Date? Ja Weiß auch nicht, wo wir den Oh Gott Oh Gott Oh Gott Woher kriegen wir denn den Schlüssel jetzt her? Woher kriegen wir den Schlüssel her? Wir haben auf jeden Fall sechs Bücher Fehlen uns eigentlich nur noch zwei Ich glaube, wenn wir den Schlüssel haben Dann haben wir auch den Zugang für Exit Und dann sind wir, glaube ich, befreit Von Slenderina Die Geile Da ist nichts, das Sackgasse Gehen wir mal hier durch Aber wo ist der Schlüssel? Wo soll der sein? Bitte was? Alter, diese Geräusche Leute, diese Geräusche Bin in der Sackgasse Oh Gott Und ich glaube, die kommt gleich wieder Das schreit völlig nach ihr Gott Oh weia Da kommen wir ebenfalls nicht durch Mann Wo kriegen wir den scheiß Schlüssel her? Der muss doch Der muss doch irgendwo sein Vielleicht hier die Tür Hier, die ist zu Vielleicht in diesen großen Saal In diesen Ganz großen Saal Leute Sorry Ich konnte Ich konnte Ich konnte eben gerade nichts Ich war eben gerade Perplex Ich konnte eben gerade nicht reagieren Ich war Puh Auf jeden Fall Schade Wir haben den Schlüssel jetzt nicht gefunden Ich weiß auch nicht, wo der Schlüssel zu finden ist Aber auf jeden Fall brauchen wir einen Schlüssel Um aus diesem Exit Tür rauszukommen Und dann dürfte das Spiel glaube ich auch vorbei sein Ja Ich beende jetzt aber hier an dieser Stelle Die Aufnahme Und äh Wenn ihr das Ganze selber spielen wollt Dann Ladet euch Slendrina runter Und dann zockt es mal selbst an Auf jeden Fall ist das Ein lohnenswertes Spiel Ich hab mich sehr oft erschrocken gerade Sehr oft Das habt ihr auch mitgekriegt Und Alter Ihr glaubt gar nicht Äh Seid Wer es euch gefallen hat Lasst einen Daumen hoch da Wird mich freuen Teilt auch dieses Video mit anderen Leuten Damit sie Sich ebenfalls Gruseln erschrecken können Und schaut es am besten Schön im Dunkeln euch an Und der Kopfhörern Am besten noch schön laut Und dann Klappt das schon Ich bedanke mich Fürs Zuschauen Fürs Supporten Bis zum nächsten Mal Euer Storm Hier Auf diesem Kanal Bis zum nächsten Mal Qui Untertitelung des ZDF, 2020